Hallo zusammen, nicht mal mehr ganz 15 Spiele sind es pro Team bis zum Ende der diesjährigen NBA Regular Season. Es geht heiß her, der Platz 1 ist in beiden Western- und Eastern-Conferences noch offen. Die Playoff-Plätze, die zur direkten Teilnahme berechtigen, 1 bis 6 noch nicht alle vergeben. 7 bis 10 hart umkämpft und heute Abend haben wir auch noch Spiele, davor noch einen Blick auf die Tabelle. Danke, dass ihr schon eingeschaltet habt und bis gleich. Und genau damit wollen wir starten mit dem Blick auf die Tabelle. Utah Jazz und Phoenix Suns, die machen wahrscheinlich den Kampf um Platz 1 aus. Aber nicht nur Utah hat das letzte Spiel verloren, sondern auch Phoenix kann die Jazz damit nicht unter Druck setzen. Clippers auf der 3, Nuggets 4, Lakers immer noch auf Platz 5. Und das trotz den Ausfällen von LeBron James und Anthony Davis. Das Team kann sich immer noch unter den Top 6 halten. Hab ich nicht erwartet. 5 von 5 aus den letzten 10 Spielen finde ich persönlich für diese dezimierte Lakers-Truppe sehr gut. Die Blazers müssen aufpassen, haben einen sehr schwierigen Rest-Schedule. Und die Mavericks machen sich das Leben schwer, indem sie nicht gegen die, in Anführungsstrichen, einfachen Teams gewinnen. Grizzlies auf der 8, Warriors stark zurückgekommen, jetzt wieder mit Steph Curry auf der 9. Spurs halten sich weiterhin auf der 10. Pelicans, Kings sehen wir heute Nacht auch auf den direkten Verfolgerplätzen. Im Osten weiterhin auf der 1, die 76ers, die im Top-Duell die Brooklyn Nets schlagen konnten. Bucks auf der 3, Boston auf der 4, 8 aus 10 Siegen und, oder besser gesagt, 8 der letzten 10 Spiele gewonnen, 6 sogar in Folge. Damit sind sie jetzt vor den Hawks wieder. Nix mit, meiner Meinung nach, einer überragenden Saison. Heat sehen wir heute, 3 Niederlagen in Folge, Charlotte sehen wir heute, 4 Niederlagen in Folge und die Verfolger sind dann die Pacers, Bulls, Wizards, Raptors. Und danach war es das mit Play of Träumen in Cleveland, Orlando und in Detroit. Und wir starten doch gleich mit einem Spiel, was heute um 19 Uhr beginnt. Das sind die Knicks gegen die Pelicans, 6 Siege in Folge, New York, Respekt, dafür spielen toll. Julius Randle spielt wie ein junger Gott, auch hier im letzten Spiel gegen die Dallas Merricks, über 40 Punkte, 10 Rebounds und so weiter. Er ist der Top-Rebounder, Top-Assist-Geber und Top-Scorer natürlich bei New York, die unter Tom Thibodeau wirklich mal wieder in die Playoffs kommen können, hoffentlich kommen werden. Wie gesagt, Platz 7 bis 10 hat noch so ein Play-In-Tournament. Wer dann dabei ist unter den Top-8-Teams, die für die Playoffs berechtigt sind, hoffen wir mal aus meiner Sicht, dass New York sich selber belohnt und Sechster bleibt. Tom Thibodeau hat sich, glaube ich, so ein bisschen rehabilitiert. Man hat ja, glaube ich, nicht so gute Sachen über ihn die letzten Jahre gesagt, aber hier macht er einen Top-Job. Die Pelicans haben ja vor der Saison mit Van Gundy sich einen neuen Trainer geholt, aber das alte Leid. Sie haben talentierte junge Spieler, die teilweise auch gut verdienen, zum Beispiel Brandon Ingram mit einem Max-Vertrag. Aber auch Saren Williamson, sie können irgendwie, gut, der verdient jetzt noch nicht so viel, wird aber auch einen Max-Vertrag bekommen. Aber sie kommt nicht irgendwie in die Pötte, wie es so schön sagt. Also es passt irgendwie nicht und warum auch immer, sie sind trotzdem noch dabei im Platz, im Rennen um Platz 10. Sind jetzt hier Außenseiter gegen New York, haben das erste Spiel erst vor ein paar Tagen in New York oder besser gesagt gegen New York verloren. Dürfen jetzt dann ein paar Tage weiter sogar, ich glaube übermorgen oder so, dann in Brooklyn ran. Also, New York mit 6 in Folge, für mich wäre es schön, wenn sie gewinnen. Ich würde aber nicht darauf tippen, auch wenn die Pelicans so ein streaky Team sind und oft nicht ihr Potenzial abrufen. So ein Pelicans plus 3, plus 3,5 würde sogar noch eine knappe Niederlage abfedern, aber das wäre hier so mein Tipp. Bei den Punkten würde ich in diesem Spiel die Finger von lassen. Beim nächsten Spiel haben wir die Atlanta Hawks gegen die Indiana Pacers, die haben auch einmal gegeneinander gespielt. Das haben noch die Pacers gewonnen. Wir sehen hier durch ein starkes Schlussviertel, das haben sie mit 15 Punkten Vorsprung gewonnen. Dementsprechend auch die Partie 125, 213. Sagt natürlich nichts, wir haben ein paar Monate dazwischen. Ich glaube seitdem, beziehungsweise kurz darauf, durfte auch der ehemalige Trainer gehen. Und McMillan ist da jetzt dabei. Hawks eigentlich voll im Soll. Muss man aufpassen bei diesem Spiel. Beide Teams haben super viele Verletzte. Also bei den Pacers ist ja eh schon die Langzeitverletzten. Robin draußen, Miles Turner wird jetzt in dem Spiel fehlen. Sie haben auch immer noch Malcolm Brockton, Demontas Sabonis und einen widerspielenden Carissa Bird, den sie ja via Tradegold haben. Bei Hawks Seite, die werden weiterhin mit Trajan und Bogdanovic auflaufen. Aber was ich so jetzt im Vorbericht gesehen habe, Hörter fehlt, Collins fehlt, Gallinari fehlt, Capella? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Dementsprechend ist diese 1,5er-Quote sehr gefährlich. Und ich sehe eher die Möglichkeit, hier auf den Außenseiter plus 4, plus 5 zu gehen, auf die Pacers. Mit der Option, dass die vielleicht sogar auch gewinnen. Da hätten wir eine schöne 2,6. Reicht mir aber nicht für eine Einzelwette. Wir haben in den letzten Wochen jedoch gesehen, dass gerade sonntagsabends unserer Zeit, also nachmittags US-Zeit, die Top-Scoring-Duelle ein bisschen ausbleiben. Und deshalb finde ich in diesem Spiel gerade unter 234 super interessant, weil wir haben beide Teams mit Ausfällen, wir haben beide Teams zu einer Nachmittagszeit spielen und wir haben beide Teams, die eigentlich dieses Spiel gewinnen wollen, sollen, müssen, wie man es dreht und wendet. Bei den Hawks geht es noch um Platz 4 und natürlich nicht hinter die Top-6 zu rutschen. Bei den Pacers geht es überhaupt in den Playoffs bzw. im Play-In-Tournament dabei zu sein. Von daher erwarte ich hier vielleicht ein bisschen mehr Defense, weniger Treffsicherheit als sonst und sehe hier meine Wette auf minus 235 Punkte. Dazu haben wir dann Duell-Clippers gegen Timberwolves. Die Timberwolves, sie sind nicht mehr letzter in der Tabelle, haben es geschafft, die Houston Rockets zu überholen. Und jetzt dürfen sie gegen einen der Top-Anwärter auf den Titel. Dementsprechend sind die Quoten auch. Minnesota hat aber gerade erst die Miami Heat überraschend geschlagen mit 119 zu 111. Davor gab es aber dicke Niederlagen gegen andere Top-Teams und die Clippers haben gegen Joel Embiid 76ers verloren. Kann man mal machen. Davor mehr oder weniger Buzzer-Bieter-Sieg gegen die Detroit Pistons. Sonst waren noch, glaube ich, zwei Sekunden zu spielen oder so. Aber alles hier Spiele, wo du sagst, klar, die müssen sie gewinnen. Und sie waren Favoriten gegen die Pistons, gegen die Pacers, wieder gegen Pistons, gegen Rockets. Wir schauen uns jetzt mal hier die Spreads an. Also was ich sagen will, normalerweise würde ich sagen, Clippers minus 8, minus 9 ist mir ein bisschen zu hoch. Aber wir haben auch gesehen, dass die Timberwolves nicht nur ein wahnsinnig schlechtes Team sind, sondern auch gerne Spiele hoch verlieren, wenn es gegen gute Truppen geht. Dementsprechend würde ich hier von einer Wette absehen. Meine Empfehlung ist aber tatsächlich eher plus 9 auf Seiten der Timberwolves. Die Buchmacher erwarten hier auch wieder ein Top-Scoring-Game mit über 235 Punkten. Das lassen wir nicht. Also hier so Idee plus 9 Minnesota-Spielen. Nein. Hier, ganz interessant, die Kings nehmen sich irgendwie dann immer wieder selber raus, wenn sie mal einen kurzzeitigen Lauf haben. Dallas macht das Gleiche. Also wenn die die Spiele gewinnen würden, wo sie als Favorit reingehen, ist das jetzt leichter oder blöder gesagt, als es ist, aber dann wären die schon easy unter den Top 6. Aber sie haben immer mal zwei, drei Spiele, wo man denkt, jetzt geht was. Ist ja mein Team, das ich am meisten verfolge. Und dann gibt es wieder diese ein, zwei Spiele, die mir gar nicht taugen, wo ich mir überlege, da fehlt ein Superstar noch oder ein zweiter oder dritter Star. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einfach mal das Team liest, Luca Doncic, überragend, Christoph Sposinkes, Max Player, Tim Hardaway Jr., starker Spieler, Jalen Brunson, wer überall Starter spielt, eine bockstarke Saison. Dann haben sie noch Josh Richardson. Dann haben sie noch jetzt J.J. Reddick. Auf Big-Man-Positionen vielleicht nicht ganz so sexy. Aber trotzdem, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleber. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich noch alles vergessen habe. Aber gar nicht mal so verkehrt. Paul hat jetzt nicht so viel davon. Nicola Melli, okay, muss man mal gucken. Aber sie dürfen sich solche Niederlagen wie gegen die Spurs, wie gegen die Knicks nicht erlauben. Gegen die 76ers sagt ja keiner was. Aber hier auch dieser Sieg gegen die Grizzlies. Ein absoluter Wahnsinns-Buzzerbeater von Luca Doncic. Unbedingt anschauen, falls du es noch nicht getan hast. Aber da waren sie halt auch zwei Sekunden vor Schluss, zwei Punkte hinten. Und, ähm, ähm, sein Name jetzt vergessen, aber ich glaube, Ellen oder so, hatte zwei Freiwürfe. Der ist ein 91-prozentiger Freiwürf-Schütze. Hat beide versemmelt. Also, reine Zufallssieg sozusagen. Und die Kings, das ist eine Truppe, die den, ähm, Mavs normalerweise gar nicht taugt. Also, normalerweise verkacken sie es ganz gerne. Wir sehen auch hier im ersten Spiel haben sie im fünften Viertel, also im fünften Viertel in der Verlängerung dann erst gewonnen. Und, äh, gefährlich. Also, hier würde ich aufgrund dessen, wie sich Dallas präsentiert hat, unabhängig von den letzten Niederlagen von Sacramento, denn die sind eigentlich auch, ist ja nicht frech. Also, hier, da ist ja ein, da müssen sie mindestens zwei, drei gewinnen. Also, schwierig, schwierig. Die Quoten plus neun ist aber trotzdem wieder hier auch auf den Außenseiter attraktiver, weil Dallas mich gar nicht überzeugt hat. Wenn die beiden Teams spielen, haben wir auch wieder die Line ungefähr so bei 230, 235 Punkten. Ähm, also, hoffen wir mal, dass Dallas, äh, im Port kommt. Ich glaube aber erst dann, wenn ich morgen aufwache und, äh, dann mein Handy sagt, Dallas hat gewonnen. Ähm, die Toronto Raptors sind haushoher Favorit gegen die Oklahoma City Thunder, die derzeit alles verlieren, was man verlieren kann, zumindest in den letzten fünf Spielen. Äh, hier, Jill Kill, oder was Alexander, äh, fällt auf jeden Fall aus. Sie sind sehr verletzungsgeplagt. Herr Haufert spielt ja sowieso nicht. Die Raptors, äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Äh, da wird jetzt Gary Trent Jr. ausfallen, sehr wahrscheinlich. Der hat ja auch jetzt schon hier mehrere starke Spiele für Toronto gemacht. Ähm, das erste Spiel hat, äh, Oklahoma gewonnen. Darauf nehmen wir keine Rücksicht. Ich glaube, wer auf dieses Spiel wetten soll, der, äh, möchte, der sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Ich denke, die Verletzungsausfälle von Toronto sind hier noch nicht eingepreist in der Quote. Ähm, und Toronto minus 10 würde ich aber nicht machen. Also, ich glaube wirklich, die Quote wird hier noch, äh, etwas nach oben gehen von Toronto. Und dann so minus 7, minus 8 für eine 1,6, 1,7, 1,8. Das sollte man dann am Ende des Tages machen. Äh, Oklahoma plus 12, naja. Äh, ist halt schon eine große, großer Spread für ein Team wie die Raptors, die eine negative Bilanz haben. Die leider zu Recht, äh, da hinten auf, äh, 8, 9, 10, äh, rumpimmeln. Und da, äh, warum soll man denen jetzt hier einen Vorsprung gewähren von minus 12 Punkten? Keine schöne Quoten. Kein schönes Spiel sehen wir auch hier. Orlando Magic gegen die Houston Rockets. Beide im Ausverkauf, beide extrem verletzungsgeplagt. Beide, äh, haben einmal ineinander gespielt. Das haben die Rockets deutlich gewonnen, war noch im Januar. Die, äh, Magic, die haben den einen oder anderen Achtungserfolg erreicht. Aber, ähm, wie sie das Spiel her gegen Orlando gewonnen haben, wissen sie selber nicht. Die Houston im freien Fall nicht mal mit knappen Niederlagen. Hier würde ich einfach aus Prinzip, äh, auf Orlando gehen, weil gefühlt haben die wenigstens noch ein bisschen Ehre und Einstellung. Und dann, ähm, wenn man Bock hat, äh, und einem reicht die ausgeglichene Zweierquote nicht, dann macht man hier vielleicht noch eine minus 2,5 für eine minus 2,23. Aber ich sehe hier Orlando aufgrund, äh, der besseren Einstellung der wenigstens halbwegs vorhandenen Team-Chemie besser. Die Rockets, äh, werden auf Gordon, auf Wall verzichten müssen. Christian Wood kann es nicht alleine erleben. Das ist nicht schön, was man hier sieht. Also, das ist einfach nicht schön. Und dementsprechend Orlando, Glückwunsch zum Sieg. Glückwunsch auch Portland Trailblazers. Die sind, äh, immer noch unter den Top 6, haben wie vom Anfang gesagt, das schwierigste Restprogramm. Sie haben jetzt, äh, auch mal ohne, äh, Lillard, äh, wieder ein Spiel gewonnen. Der wird, der ist hier für diese Partie auch fraglich. Aber die Charlie Towns, die hätte ich gerne im gleichen Atemzug genannt wie die New York Knicks. Haben einen schwachen Start gehabt, dann eine tolle Saison gespielt und jetzt haben sie so viel Verletzungspech leider wieder, dass es eventuell dann doch nichts wird mit den direkten Playoffs. Bisschen schade. Gordon Hayward draußen, äh, Lamino Ball draußen, Bridges, glaube ich, angeschlagen, Washington angeschlagen. Blazers könnten dieses Spiel auch ohne Lillard eigentlich easy gewinnen. Norman Powell hat da schon sich auch ganz gut als Akquise, äh, äh, zurechtgefunden. Kanter mit so einem kranken 30-Rebound-Spiel neulich. Knappe Niederlage gegen Boston kann passieren. Gegen Miami kannst du mal verlieren, das passt auch. Gegen Utah sowieso, aber die gewinnen dann schon irgendwie, was sie gewinnen sollen. Deshalb würde ich hier definitiv auf die, ähm, Portland Trailblazers gehen. Und da schauen wir uns mal an, welchen Spread wir wählen, weil die nehmen wir natürlich mit. Minus 4, minus 4,5 für die 1,9. Danke, ciao. Ich wüsste nicht, warum ausgezeichnet Charlie in diesem Spiel aufmucken sollte. Dafür braucht Portland den Sieg einfach zu sehr. Und, ja, dann sind wir schon beim Spiel der Miami Heat gegen die Brooklyn Nets. Das letzte für heute. Und da ist Miami deutlicher Außenseiter, weil Brooklyn wird, äh, Halden weiterhin ausfallen. Sie haben das erste Spiel, äh, gewonnen. Die Nets, ja, nicht knapp, 98 zu 85, Low Scoring. Das zweite Spiel haben sie etwas, äh, knapper gewonnen, mit einem High Scoring Game. Sie haben jetzt die Hornets easy besiegt. Dann die unnötige Niederlage, oder anders gesagt, die, ähm, verheerende Niederlage. Vielleicht am Ende der Saison. Vielleicht juckt's am Ende, aber auch gar keiner, ob sie jetzt erste, zweite werden. Wer weiß das schon so genau. In Zukunft wird das zeigen. Die Heat mit einer traurigen Niederlage gegen das schlechteste Team der Liga. Die Denver Nuggets hatten leichtes Spiel. Die Suns hatten leichtes Spiel. Jeweils 20 Punkte. Jimmy Butler, der leider angeschlagen ist. Und Day-to-Day, mehr wissen wir nicht, ob er jetzt anläuft, aufläuft, hat auch gesagt, we don't deserve to win. Also wir haben es nicht verdient zu gewinnen. Und ich hoffe, das habe ich jetzt nicht extra weit setzen müssen, weil normalerweise solltest du schon 18 sein, wenn du hier zuschaust und dementsprechend auch über Englisch als Basketball-Fan sowieso Bescheid wissen. Wir schauen mal die Quoten mit den Spreads. Wenn Jimmy Butler spielt, ich glaube, dass das Miami-Team ordentlich aufgerüttelt wird, weil die müssen ja auch mal irgendwie ein paar Punkte machen und gewinnen, würde ich definitiv Miami plus sechs spielen wollen. Wenn Butler nicht spielt, dann würde ich vermuten, dass wir hier dieses plus sechs eher so ein plus acht, plus neun sehen. Und dann kann man das auch sich überlegen. Sie spielen daheim zu einer Nachmittagsruhrzeit. Also das ist, wir haben ja als Deutsche heute um 21.30 Uhr gleich nochmal die Möglichkeit, ein spannendes Spiel zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass das spannend wird. Und die Line ist gut gewählt von den Buchmachern, 225 Punkte. Ich glaube, dass es unter 230, 232 werden. Unter 225 würde ich jetzt nicht sagen. Aber hier Miami plus sechs definitiv spielenswert. Und dann hoffen wir mal, dass Miami gewinnt, damit wir die Wette gewinnen, damit Philadelphia hoffentlich weiter von Mack ziehen kann. Weil, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich finde das Konzept der Brooklyn Nets spannend. Nur mag ich diese Spieler nicht so gerne, die da sind. Vor allem Irving nicht. DeAndre Jordan brauche ich schon gleich gar nicht mehr als Dallas-Fan. Ist ja jetzt auch irgendwie aus der Rotation raus. Na, Marcus Aldridge gibt es leider schlechte Neuigkeiten. Der hat irgendwie Herzrhythmusprobleme gehabt. Hat dann richtig Angst sogar um sein Leben gehabt. Nach dem vorletzten Spiel und dann eigentlich über Nacht gesagt, das möchte er nie wieder haben, sowas. Er wendet jetzt seine Karriere. Bisschen schade für ihn, dass er nach einer starken NBA-Karriere so raus muss. Aber auch gut, dass da hoffentlich nicht irgendwie noch Schlimmeres passiert oder Fallgeschehen. Das bedeutet, DeAndre Jordan wird wieder mehr in die Rotation kommen. Blake Griffin spielt besser als er erwartet. Auf der anderen Seite schlechter als wie in Detroit. Hätte es ja auch gar nicht mehr sein können. Dann Kyrie Irving. Kevin Durant. James Harden finde ich cool. Verletzt aber. Joe Hayes finde ich sogar auch ganz cool. Aber da geht man jetzt auch nicht mehr so viel mit. Es ist, ich bin dann doch eher für die 76ers, die irgendwie lange Jahre jetzt mit dem gleichen Kader spielen. Die Boston Celtics, die viele junge Spieler ausbilden. Leider Mo Wagner jetzt entlassen haben. Für die Milwaukee Bucks, wo auch ein Antetokounmpo da jetzt lange Jahre schon spielt. Also wäre ganz wichtig, dass Brooklyn nicht erster wird und dementsprechend ein etwas schwierigere Playoff-Gegner haben könnte, sollte, müsste. In dem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr genießt den heutigen Sonntag. Ich hoffe, ihr genießt die heutigen NBA-Spiele. Und wir sehen uns wieder in der NBA nächsten Sonntag. Und dann sind wir ja schon fast am Ende der Saison. Bis dahin. Schöne Grüße. Opspedia, the sports betting community.